Ich schwöre aber erstmal ganz kurz, Willi gegen Hugo wäre interessant. Ich sag Hugo, mach den weg. Ich hau Hugo dumm und dämlich, danach kann er sich in Luxemburg in Luxemburg. Hugo, du kannst dir einen Ausweis holen in Luxemburg danach und kannst überall parken. Hast du verstanden, Hugo, weil du dann nicht mehr laufen kannst. Genau so, mein Bruder Sidney. Sidney, würdest du in meiner Riegecke stehen? Ey Hugo, wollen wir kämpfen? Ja, können wir machen. Bei mir ist das Problem, ich kann nicht mit Kopf kämpfen. Ja, ich hab auch nur Risse im Kopf. Ja, ich hab so was im Kopf, was nicht gut ist, wenn jemand dann gegen meinen Kopf schlägt, weil ich dann sonst tot bin. Ja, aber wie wollen wir dann kämpfen? Wenn du einem auf deinen Kopf fällst, dann ist so eine Kacke. Gegen den Bauch. Wie, wie sollen wir uns in den Bauch hauen? Man, Hugo lacht das. Digga. Digga. Weil wahrscheinlich geht Willi auch gegen dich in den Ring und Willi einfach mit dem Hintergedanken, wenn du ihn an den Kopf triffst. Ja, Digga. Und dann kommt ein Call von ihm, wir können uns in den Bauch hauen. Ey, der hat das auch mit Rewi gemacht und der erste Schlag war einfach ein Headshot. Der war, weil der scheiße ist. Nein, du hast dich geduckt und der hat auf den Bauch gezielt. Nein, der hat auf den Kopf gezielt. Hugo, das ist auch Video. Dich. 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 Dich.